Im Sommer 2019 kommt etwas ganz Großes zu euch ins Kino. Benjamin, aufwachen! Guten Morgen, Otto. Ist doch erst 6 Uhr. Es ist schon viertel nach neun. Ich komm viel zu spät. Benjamin! Willst du so aus dem Haus? Oh, wei! Benjamin! Augen auf für Benjamin Blümchens erstes Kinoabenteuer. Achtung, aus der Bahn! Benjamin? Da war ich wohl ein bisschen zu schnell. Benjamin Blümchen. Du lieber Elfant. Sommer 2019 im Kino. boyfriend Jürgen Krone, schluss. Abonniert. Wir dürfen nicht so viel. Aber es ist eine Tolle für uns. Das war es oben. Aber es ist ein Wann. Schön. Wir dürfen nach dem Fernsehen.